Also, kannst du anfangen? Ich will Thomas Knutti, weil ich glaube, es sind genug Leute, die gute Theorien vertreten, aber einfach so nicht nur die Praxis vergessen. Und darum habe ich immer das Gefühl, er weiss, was er in der Praxis braucht, was wir brauchen. Und für das steht der Geradlinie ein. Ich frage die Geradlinie ein. Ich frage die Geradlinie ein. Wer sein, was wir mit der Geradlinie Maschinen? Der Geradlinie ist wichtig.